Hallo, liebe Naturfreunde, liebe Weltbildkunden. Viele Insekten helfen uns als biologische Schädlingsbekämpfer. Geben Sie diesen Nützlingen mit der Insektenpension ein Zuhause. Hier zum Beispiel ein wirklich schönes wie rustikales Häuschen aus Holz mit verschiedenen Öffnungen für verschiedene Insekten. In dem angebohrten Holz und dem Bambusröhrchen fühlen sich Wildbienen so richtig wohl, die für das Bestäuben von Pflanzen und Obstbäumen unentbehrlich sind. Ach ja, wichtig ist dabei für Sie zu wissen, Wildbienen stechen nicht. Diesen Raum hier können Sie ganz nach Belieben einrichten. Zum Beispiel mit Tannenzapfen oder auch Rinde für Marienkäfer oder frischem Gras für Florfliegen. Achten Sie bitte darauf, die Insektenpension an einem sonnigen Platz zu montieren. Idealerweise vor Wind und Regen geschützt. Dann fühlen sich die Nützlinge so richtig wohl. Die Insektenpension der Marke Vogelvilla ist aus massivem Holz hergestellt. Wie auch alle anderen Insektenhotels dieser Marke. Also wählen Sie aus und tun Sie damit der Natur etwas Gutes. Musik 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 Musik